Ellen Berg. Alles Tofu, oder was? Roman. Hörprobe. Kapitel 1. Interessant, sagte Paul. Und wo ist das Essen? Wie jetzt, Essen? fragte Dana. Na, was da auf dem Tisch steht, ist eindeutig nicht zum Verzehr geeignet. Sieht aus wie überfahrene Schnecken und riecht irgendwie komisch. Nach Altersheim, würde ich sagen. Und nach alten Socken. Das war ja wohl die Höhe. Danas Blick wanderte von den Schüsseln mit Süßkartoffelmus, Guacamole, Bulgursalat und Tofu-Algen-Ragout zu Paul, dem Mann ihres Herzens. Ein Hühne mit breitem Kreuz, mehrgrünen Augen und diesem süßen Hallodri-Lächeln, in das sie sich damals auf der Stelle verlebt hatte. Doch sein Lächeln war verschwunden. Eigentlich schon länger. Missmutig spielte er mit seinem Besteck herum. Paul, sie sprach so sanft wie möglich. Könntest du bitte zur Kenntnis nehmen, dass wir neuerdings vegan leben? Wir? Du bist hier die Vegansinnige, brummte er. Ich bin ein Mann. Ich brauche Fleisch. Sogar Albert Einstein war Vegetarier. Toll! Ich will aber keinen Nobelpreis. Ich will ein Steak. Liebe geht durch den Magen? Von wegen, dachte Dana. Liebe schlägt auf den Magen. Das traf es wohl eher. Sie schluckte. Dieser Tag wurde nicht als Sieg der Vernunft in die Geschichte eingehen. Als erstes war ihr Plan gescheitert, Emma, ihre zickige Dackeldame, auf den veganen Kurs zu bringen. Die Hündin hatte das absurd teure Trockenlinsen-Bio-Futter verschmäht und kläffte seit Stunden den Kühlschrank an, als lägen immer noch Rinderknochen und Pansen darin. Ebenso wenig war Danas Versuch gelungen, ihre fünfjährige Tochter Leonie für vegane Gaumenfreuden zu erwärmen, wovon einige hässliche Spritzer Bärlauchsuppe an den Wänden der Küche zeugten. Und nun bockte auch noch Paul. Es ist einfach verantwortungsvoller, auf Fleisch und andere tierische Produkte zu verzichten, dozierte sie geduldig. Ja, für müffelnde Müsli-Tanten vielleicht. Aber ein echter Kerl wird tierisch sauer, wenn er kein Fleisch kriegt. Dana tat so, als hätte sie die müffelnden Müsli-Tanten überhört. Sie lud sich eine Portion Süßkartoffelmus auf den Teller, nahm einen Bissen und schloss genießerisch die Augen. Mhh, lecker. Probier doch wenigstens mal. Schweigend griff Paul zu seinem Glas Rotwein und leerte es in einem Zug. Dann schob er seinen leeren Teller von sich und verschränkte die Arme. Er friert die Hölle zu, als dass ich diesen Irrsinn mitmache. Von mir aus kannst du essen, was du willst. Vegetarisch, vegan, makrobiotisch, vollidiotisch, aber nicht mit mir. Kapiert? Oder soll ich es dir eintuppern? Es geht mir doch nicht nur um unseren blauen Planeten, erklärte Dana. Es geht mir auch um deine Gesundheit. Paul zog eine Grimasse. Und du gehst mir langsam total auf den Senkel mit deinem Öko-Fimmel. Jetzt war die Stimmung endgültig im Eimer. So ein Mist! Dabei sollte dieses Kerzenschein-Dinner ganz unauffällig auf ein Happy End zu steuern. Es war ihr zweiter Jahrestag. Dana hatte das gemeinsame Festmahl äußerst liebevoll inszeniert. Weiße Spitzentischdecke mit verstreuten roten Rosenblättern, rote Duftkerzen und aus der Musikanlage erklang die seidenweiche Stimme von Michel Bublé. Alles in allem Romantik pur. Wenn man mal von Emmas Gekläffe absah. Und jetzt? Dana musterte Pauls finsteres Gesicht. Seit zwei Jahren wohnte er bei ihr, und das ohne jemals durchblicken zu lassen, dass er mehr im Sinn hatte als eine unverbindliche Lebensgemeinschaft mit gewissen Vorzügen. Allmählich war eine klare Ansage fällig. Doch Paul sah nicht so aus, als ob er die Hochzeitsglocken läuten hörte. Eher Alarmsirenen. Argwöhnisch schaute er zu, wie Dana zur Abwechslung einen Löffel Tofu-Algen-Ragout verdrückte. Pass auf, Schnuckelhase. Sie hörte auf zu kauen. Ihre Nackenhaare stellten sich senkrecht. Immer wenn Paul Schnuckelhase sagte, kam garantiert was Dusseliges. Du wirkst ziemlich verspannt in letzter Zeit. Er verdrehte die Augen. Spaßbefreit, um genau zu sein. Und jetzt willst du mir auch noch diesen veganen Quatsch reindrücken. Das kannst du dir von der Backe putzen. So läuft das nicht. Also wirklich. Dana warf ihre Serviette aufs Tischtuch. Wie läuft es denn überhaupt so? Mit mir, mit uns? Und wie geht es weiter? Paul blinzelte sie irritiert an. Mit uns? Wieso? Alles easy, würde ich sagen. Easy? Ha, du machst es dir wirklich ein bisschen zu einfach. Wir sind seit genau zwei Jahren zusammen. Findest du nicht, dass du mal Klartext reden solltest? Seine Augen weiteten sich erschrocken. Klartext? Ja, sowas wie, Dana, vielen lieben Dank für zwei wunderbare Jahre. Du bist die Frau fürs Leben. Hier ist der Ring. Wir heiraten. Uff, jetzt war es heraus. Nicht gerade romantisch, diese Gesprächstaktik, aber Dana wollte nicht länger warten, bis Paul die Begriffsstutzigkeit in Person endlich von selbst draufkam, wonach sie sich sehnte. Nach einem verlässlichen Partner, einer starken Schulter, einem Fels in der Brandung. Sie war 35. Da brauchte man keinen Mann, der nur spielen wollte. Entgeistert starrte er sie an. Hä? Dana kniff die Augenbrauen zusammen. Welchen Teil hast du nicht verstanden? Den mit dem Ring oder den mit dem Heiraten? Plötzlich sah er aus, als hätte sie ihm frittierte Disteln serviert. Er sprang auf, wobei er sein leeres Weinglas umwarf. Hast du noch alle Blätter am Baum? Ich hab mir echt eine Menge von dir gefallen lassen. Deinen Müsli-Terror, deine Schafwollsocken im Bett, deine naturbelassenen Freundinnen, deine Vorträge über den Klimawandel, mit dem du mich ins Koma laberst, sogar den Sex-nach-Mond-Kalender. Und jetzt willst du mich auch noch vors Standesamt schleppen? Am besten in Gesundheitslatschen, oder wie? Dana war so überrumpelt von seinem Wutausbruch, dass sie keinen Ton herausbrachte. Das also war der Dank dafür, dass sie ihn seit zwei Jahren nach Strich und Faden verwöhnte, obwohl sie sich noch dazu um ihr vaterloses Kind kümmern musste und hart um ihre Existenz kämpfte. Liebte er sie denn nicht? So, wie sie nun mal war? Umweltbewusst, ernährungsbewusst, verantwortungsbewusst. Das Kläffen von Emma steigerte sich zu einem erbarmungswürdigen Jaulen. Als wäre das nicht genug, kam nun auch noch Leonie hereingetapst, barfuß in ihrem rosa Lieblingsnachthemd mit den putzigen kleinen Bärchen. Mami, ich hab so Hunger. Schmollend krabbelte sie auf Danas Schoß. Warum krieg ich denn kein Würstchen? Und warum hast du die Kinderwurst und die Fischstäbchen weggeschmissen? Weil deine Mami komplett austickt, rief Paul. Weil sie von einer klasse Frau zur Ökoschlampe mutiert ist. Ökoschlampe. Das saß. So sah er sie also? Dana war fassungslos. Auch deshalb, weil solche Bemerkungen in Gegenwart ihrer Tochter weder besonders sensibel noch pädagogisch wertvoll waren. Ein Psychodiplom hatte dieser Mann nachweislich nicht verdient. Sie funkelte ihn zornig an. Paul! Mami, was ist Ökopampe? fragte Leonie. Das da! knurrte Paul und zeigte auf die Schüssel. Herrgott, das sieht doch so aus, als hätte das jemand schon gegessen und wieder ausge... Schluss jetzt! schrie Dana. Dann marschier eben in die nächste Frittenbude und zieh dir den ungesunden Fraß rein, bis deine Cholesterinwerte explodieren. Ist mir doch egal! Aber erwarte bitte nicht, dass ich auf deine Beerdigung heule. Kannst schon mal deinen Grabstein bestellen. Hier ruht Paul Wegmann, ein Opfer seiner grausigen Ernährungsgewohnheiten. Sie schlang ihre Arme um Leonie, hob sie hoch und rauschte mit ihr ins Kinderzimmer. Während sie die Kleine ins Bett legte, hörte sie, wie die Haustür krachend ins Schloss fiel. Das war's dann wohl mit den Hochzeitsglocken. Mami? Ist Paul jetzt tot? erkundigte sich Leonie besorgt. Natürlich nicht! Kommt der wieder? Gute Frage. Dana presste die Lippen aufeinander. Auch sie hatte sich eine Menge gefallen lassen, wenn sie es recht bedachte. Zum Beispiel Pauls Vorliebe für rohes Rinderhack, blutrünstige Krimiserien und umweltschädliche Autos. Ganz zu schweigen von den Bergen schmutziger Wäsche, die er kommentarlos im Badezimmer liegen ließ, oder den leeren Bierdosen unter dem Bett. Er nannte es nächtliche Getränkeforschung. Es ist spät, seufzte sie. Du musst jetzt schlafen, mein Engel. Kann ich bitte, bitte ein Würstchen haben? Nur so ein mini, mini, mini Würstchen? Ein klitterkleines? Es war herzzerreißend. Dana gab sich einen Ruck. Einverstanden, mein Liebling. Aber morgen sprechen wir noch einmal in Ruhe über gesundes Essen. Bestellst du mir sonst einen Grabstein? Oha! Möglicherweise habe ich ja doch ein bisschen übertrieben, dachte Dana. Ratlos sah sie in das müde Gesichtchen ihrer Tochter, wie einen Flunsch zog und eine ihrer braunen Locken um den Finger drehte. Keine Sorge, Nini, so schnell stirbt man nicht von Fleisch, versicherte sie. Ich hole dir jetzt ein Würstchen. Zwei, rief Leonie. Also schön. Zwei und morgen sehen wir weiter. Dana stand auf. Mit hängenden Schultern trottete sie zur Küche, wo Emma ihr schwanzwedelnd entgegenkam. Die Dackeldame fing aufgeregt an zu bellen, als ihr Frauchen den Kühlschrank öffnete. Widerschrebend holte Dana ein angebrochenes Glas mit Putenwienern heraus. Sie zögerte kurz. Dann spendierte sie Emma ein Würstchen, fischte zwei weitere aus dem Glas und schlug den Kühlschrank zu, dass es schepperte. Auf dem Weg zur Leonie kam sie am Esszimmer vorbei. Durch die offene Tür sah sie den liebevoll gedeckten Tisch, hörte Michelle Bublé ein Liebeslied schluchzen. Auch Dana hatte Tränen in den Augen. Kerzenschein, Rosenblätter, stundenlanges Kochen. Alles umsonst. Bloß nicht hinsehen. Schnell weiter ins Kinderzimmer. Deprimiert reichte sie ihrer Tochter die Würstchen. Im Handumdrehen waren sie verputzt. Und Leonie kuschelte sich zufrieden ins Kissen. Schon fielen ihr die Augen zu. Du bist die liebste Mami der Welt, murmelte sie. Und du musst noch Zähne putzen. Nini, hörst du mich? Ein kleiner Schnarcher verriet, dass die Kleine eingeschlafen war. Zusammengekrümmt hockte Dana auf der Bettkante. Die Worte von Paul hatten sie getroffen wie Faustschläge in den Magen. Sie betrachtete das quietschrosa Barbiehaus, das auf dem flauschigen rosa Teppich stand. Einträchtig saßen Barbie und Ken nebeneinander auf ihrem quietschrosa Miniatursofa. Tja, im wahren Leben ging es weniger rosig zu. Noch nie hatte Paul derart erbittert mit ihr gestritten. Es war, als hätte er die vergangenen zwei Jahre rückwirkend zerlegt. Als ob sie nicht auch gute Zeiten gehabt hatten. Als ob sie nicht das absolute Traumpaar gewesen wären, jedenfalls am Anfang, als er sie im Sturm erobert hatte, mit seinem Charme, seinem Lächeln, seiner umwerfend männlichen Ausstrahlung. Das Schrillen der Türklingel riss Dana aus ihren Erinnerungen. Ihr Herz begann wild zu klopfen. Bestimmt hatte Paul es sich anders überlegt oder bei seinem zackigen Abgang den Hausschlüssel vergessen. Bestimmt entschuldigte er sich jetzt. Dann würde er sie in die Arme nehmen und alles, alles wurde gut. Außerdem stand der Mond günstig für Versöhnungssex. Eilig lief Dana zur Haustür und öffnete sie. Paul, ich... Sie wich einen Schritt zurück. Guten Abend, mein Kind. Wie schön, dass ich dich antreffe, sagte der ältere Herr im Rollstuhl, auf dessen Schoß eine unförmige schwarze Reisetasche lag. Papa. Sie konnte kaum sprechen. Das passt jetzt gerade gar nicht. Könntest du bitte ein andern Mal wiederkommen? Hermann Twilling, ein ergrauter Herr in den Siebzigern, drückte eine Taste an seinem Elektrorollstuhl und surrte näher heran. Vielleicht hätte ich vorher anrufen sollen. Deine Mutter hat mich rausgeworfen. Was sagst du jetzt? Ohne eine Antwort abzuwarten, drückte er wieder auf die Taste und tuckerte mit seinem Rollstuhl an Dana vorbei in die Wohnung. Sie konnte nur hilflos zusehen, wie er die Tasche vom Schoß nahm und auf den Boden stellte. Was riecht denn hier so komisch? Ich hatte gehofft, dass ich ein warmes Abendessen bekomme. Seit deine Mutter die Scheidung eingereicht hat, kocht sie gar nicht mehr. Bratkartoffeln wären schön, mit richtig viel Speck. Sowas hast du doch bestimmt im Haus. Falls es an Bier fehlt, gibt es eine Tankstelle um die Ecke, wo du sicherlich noch was kriegst. Ach ja, und die Hemden in der Tasche müssten gebügelt werden. Dana stemmte die Hände in die Hüften. Jetzt nochmal langsam und von vorn. Mama hat dich rausgeschmissen? Wieso denn? Er zuckte mit den Schultern. Sie hat ihre emanzipierte Phase, sagt sie. In ihrem Alter. Den lieben langen Tag lang erzählt sie mir, was ich alles falsch gemacht habe in über 40 Jahren Ehe. Und nennt mich ein Macho, stellt ihr vor. Dabei bist du ja ein waschechter Feminist, kicherte Dana. Du willst nur, dass eine Frau dich bekocht, gefälligst Bier holt, deine Hemden bügelt und die Klappe hält. Meine Ansprüche sind bescheiden, beteuerte Hermann Zwilling. Alles ganz normal, würde ich sagen. Oh nein. Normal war absolut nichts, wenn es um Danas Eltern ging. Die beiden pensionierten Lehrer hatten eine turbulente Ehe geführt. Was Rechthaberei und Sturheit betraf, waren sie nicht zu toppen. Immer hatten sie aneinander herum erzogen und herum gemäkelt. Dennoch war Dana dezent irritiert gewesen, als sie von den Scheidungsplänen erfahren hatte. Krass. Andere Senioren gingen gemeinsam auf Kaffeefahrt, fütterten die Enten im Park oder lernten Brot backen in der Toskana. Aber nicht ihre verflixt halsstarrigen Eltern. Man konnte froh sein, wenn der bevorstehende Scheidungskrieg ohne Tote über die Bühne ging. Opa! Wie ein Wirbelwind stürmte Leonie in den Flur. Überschwänglich umarmte sie Danas Vater. Hast du mir was mitgebracht? Na klar. Er lächelte und förderte eine knisternde Tüte aus seinem Jackett zutage. Lecker Gummibärchen für meine kleine Nini. Kommt überhaupt nicht in Frage. Da ist Gelatine aus Knochen von Schweinen und Rindern drin, sagte Dana streng. Ihr Vater runzelte die Stirn. Ja und? Man darf nichts essen, was ein Gesicht hat, wurde er von Leonie belehrt. Hermann Twilling sah erst Leonie, dann Dana an, als seien sie soeben einem Irrenhaus entsprungen. Seit wann haben Knochen Gesichter? Er warf dem Mädchen die Gummibärchentüte zu. Leonie fing sie geschickt auf und machte sich sogleich über ihre Beute her. Stöhnend lehnte Dana an der Flurgarderobe. Paul war weg, ihr Vater war da. Und mit ihrer Überzeugungsarbeit in Sachen veganes Essen kachelte sie voll gegen die Wand. Kind, was hast du denn? fragte Hermann Twilling. Bist ja ganz grün im Gesicht. Nun ja, wenn sich Eltern scheiden lassen, ist das immer etwas unangenehm. Aber schlechte Nachrichten sind nur gute Nachrichten, die sich verkleidet haben. Er machte eine Kunstpause. Ich ziehe bei euch ein. Juhu! jubelte Leonie. Auf einer gefühlten Frustskala von 1 bis 10 erreichte Dana gerade die 100. Auf keinen Fall! zischte sie. Wir haben gar keinen Platz für dich. Aber Paul ist doch jetzt weg, sagte Leonie. Ihr Großvater seufzte erleichtert. Noch eine gute Nachricht. Ich fand diesen Mann ja immer etwas gewöhnlich. Er gähnte. Dana, könntest du mir schon mal ein Bett beziehen? Ich hatte einen anstrengenden Tag. Sie versuchte es mit ihrem besten Bambi-Blick. Zu Tode erschrockenes Reh schaut in Autoscheinwerfer. Tut mir leid. Ich bin mit dieser Situation überfordert. Kind, ich hatte dich nicht gebeten, mir eine Niere zu spenden, erwiderte er kühl. Nur die Bitte geäußert, mich aufzunehmen. Ich bin dein Vater und quasi obdachlos. Soll ich etwa auf der Straße übernachten? Deine Mutter nimmt mich jedenfalls nicht zurück. Sie hat sogar die Schlösser ausgetauscht. Opa, bleibt hier, stellte Leonie energisch klar. Kapitel 2 Kreischend fuhr das Rollgitter aus Metall hoch. Dana wartete, bis es ganz oben war. Dann schloss sie die Glastür auf, die sie eigenhändig mit der Aufschrift Bistro Paradies verziert hatte. In verschnörkelten roten Buchstaben mit einem roten Apfel darunter. Es war 9 Uhr. Ihre Nerven lagen blank. Vergeblich hatte sie versucht, ihren Vater hinaus zu komplementieren, danach ihre Tochter in den Kindergarten gefahren und beim Großmarkt Lebensmittel eingekauft. Paul, der Schuft, hatte sich nicht blicken lassen, nicht mal angerufen. Mit anderen Worten, Dana war fix und fertig. Schwer atmend blieb sie an der Türschwelle stehen. Dies war ihr Reich, ihr Lebenstraum. Ein gemütliches, kleines Lokal mit großen kulinarischen Ambitionen. Doch das Bistro Paradies hatte bessere Tage gesehen. Die dunkelgelben Wände brauchten dringend einen neuen Anstrich. Das Holzmobiliar war ein wenig abgestoßen. Dem Fußboden sah man an, dass unzählige Gäste darüber gelaufen waren. Früher. Denn seit Dana auf dem veganen Trip war, tröpfelte die Kundschaft nur noch. Es war eben nicht leicht, Pionierarbeit zu leisten. Hallo, Dana. Das lächelnde Gesicht von Hung Thai, ihrem vietnamesischen Koch, erschien am Eingang. Sein Name hatte eine hübsche Bedeutung. Hung, der Heldenhafte, Thai, die Begabung. Heldenhaft war er ganz bestimmt, da er geduldig Danas Stimmungswechsel ertrug und sich mit einem eher bescheidenen Lohn zufrieden gab. Was die Begabung betraf, na ja. Dana nannte es betreutes Kochen. Wenn sie ihm nicht genauestens auf die Finger schaute, mogelte er schon mal Schweineschmalz in die Gerichte, falls er nicht gleich Glutamat hineinkippte. Ich habe neue Ideen für die Mittagskarte, erzählte sie. Polenta Chili Thala an Brennnesselpesto. Tayatelle mit Mandelsauce und Tofu-Algenpfanne. Okay. Die Art und Weise, wie Hung Thai es sagte, sprach Bende. Er hielt nicht viel von fleischlosen Genüssen. In seinen Pausen briet er sich so schreckliche Dinge wie Hühnerklein und Lammnieren. Dana hegte den Verdacht, dass möglicherweise auch Hundefleisch im Spiel sein könnte. Mehr sagst du nicht zu den neuen Gerichten? Nur okay? fragte sie enttäuscht. Einmal schweigen, neunmal glücklich, lächelte er. Das alte vietnamesische Sprichwort. Auch Dana musste jetzt lächeln. Hung Thai steckte voller Weisheiten seines Heimatlandes. Und immer trafen sie ins Schwarze. Auch jetzt. Wenn sie geschwiegen hätte bei Pauls abfälligen Bemerkungen über vegane Ernährung, wäre sie jetzt vielleicht eine glückliche Braut. Aber war es das wert? Komm, wir legen besser mal los, schlug sie vor. Hung Thai strahlte sie an. Klar, ich dir helfe mit Tüten. Gemeinsam schleppten sie die Einkäufe in die Küche. Während Dana die Tüten auspackte, streifte Hung Thai eine weiße Kochjacke über und stellte Töpfe und Pfannen auf den Herd. Nervös sah Dana auf die Uhr. Obwohl heute ein paar Gäste kamen? Langsam wurde es eng. Vor drei Wochen hatte sie die Speisekarte neu gestaltet und ein Schild ins Fenster gehängt. Vegane Küche, lecker und gesund. Mit dem Ergebnis, dass sogar die wenigen Stammkunden weggeblieben waren. Vielleicht liegt es an der Gegend, überlegte Dana. Das Bistro Paradies lag in einem Stadtteil, in dem es mächtig rumorte. Einst war es ein beschauliches Viertel gewesen mit leicht heruntergekommenen Gründerzeithäusern, aber trotzdem charmant. Eine Idylle voller kleiner Läden und Cafés. Jetzt wurde ein Haus nach dem anderen abgerissen und Bürotürme aus Stahl und Glas schossen wie Pilze aus dem Boden. Auch das Haus mit Danas Lokal sollte irgendwann abgerissen werden. Ihr Vermieter nannte es Gentrifizierung. Dana nannte es Plattmachen und Hinklotzen. Aber das war noch nicht alles. Die Rentner und die jungen Leute zogen weg, weil sie sich die Mieten nicht mehr leisten konnten. Stattdessen liefen immer mehr smarte Schlipsträger und hyperaktive Frauen in Businesskostümen durch die Straßen auf der Suche nach Fastfood für die Mittagspause. Auf veganes Essen standen sie ebenso wenig wie auf die Wartezeiten, die man bei frisch zubereiteten Speisen einkalkulieren musste. Lebe deinen Traum, sprach Dana sich Mut zu. Einfach weiter atmen, weiter machen, weiter kochen. Sie band eine Schürze um und schnitt Tofu in akkurate Würfel, als eine schrille Frauenstimme die Stille zerriss. Hallo? Ist jemand da? Dana hob den Kopf und spähte durch das kleine Fenster über der Arbeitsplatte hinüber ins Lokal. Eine etwa 40-jährige Dame im eleganten, grauen Kostüm sah sich suchend um. Ihr dunkelbraunes Haar hatte sie zu einem strengen Knoten frisiert. Über ihrer Stirn schwebte eine riesige, dunkle Sonnenbrille. Komme sofort, rief Dana. Nachdem sie sich die Hände gewaschen und abgetrocknet hatte, rannte sie in den vorderen Raum. Ihre Wangen glühten vor Aufregung. Kundschaft, endlich! Wir haben ab zwölf geöffnet, keuchte sie. Für wie viele Personen möchten Sie reservieren? Die Dame streifte sie mit einem skeptischen Blick. Sind Sie Dana-Zwilling? Ja. Wieso? Alexandra Müller-Mertens, stellte die Frau sich vor und reichte Dana eine Visitenkarte. Von der Immobilienfirma Prodomo GmbH, ich nehme an, dass Sie die Kündigung bekommen haben. Dana wurde weiß wie die Wand. Zu Hause türmten sich ganze Stapel von Briefen, die sie ungeöffnet ließ, weil sie sich vor dem Inhalt fürchtete. Vorrechnungen zum Beispiel und fiesen Steuerbescheiden. Welche Kündigung? stammelte sie. Das Lächeln von Frau Müller-Mertens hatte etwas Fischiges, perlweiße Haifischzähne umrahmt von blutrot geschminkten Lippen. Wir haben Ihnen das Dokument per Einschreiben geschickt, inklusive Empfangsbestätigung. Sie holte einen Zettel aus ihrer sündteuren, schwarzen Lederhandtasche mit goldfarbenen Applikationen. Ein gewisser Paul Wegmann hat unterschrieben. Dana rutschte das Herz in die Hose. Hat er mir nicht gesagt. Über Ihre häuslichen Verhältnisse möchte ich lieber nicht spekulieren. Frau Müller-Mertens hob eine Augenbraue. Tatsache ist jedoch, dass Sie die Kündigung erhalten haben. Am nächsten Ersten ist Schluss. Sie sollten sich nach neuen Räumen umsehen. Mittlerweile zitterte Dana so sehr, dass sie sich setzen musste. Mit weichen Knien sank sie auf einen altersschwachen Bistro-Stuhl, der unter ihrem Gewicht knarrte. Sie wollen mich aus dem Paradies vertreiben? Ist Adam und Eva auch schon passiert? Erwiderte Frau Müller-Mertens kalt. Ihre spitzen Absätze hackten sich in den schadhaften Linoleum-Boden, während sie den Raum inspizierte. Alles sah sie sich genau an. Die abblätternde Farbe an den Wänden, die uralten, lose, herumhängenden elektrischen Leitungen, die ramponierten Bambus-Rollos, die morschen Fensterrahmen. Dann drehte sie sich zu Dana um. Die Bruchbude ist sowieso abrissreif. Wir errichten an dieser Stelle die Zentrale der Veritas-Versicherung. Ein architektonisches Schmuckstück, hypermodern, mit einer Fassade aus mindgrünem Glas. Sie schnupperte misstrauisch. Was riecht hier eigentlich so komisch? Inzwischen hatte Hung Tai die Tofu-Würfel angebraten, zusammen mit Zitronengras, Algenblättern und dem asiatischen Kalanamak-Salz, das eine dezente Schwefelnote verströmte. Das ist nicht komisch. Das ist ein Esstempel für Veganer, schnaubte Dana. Veganer, wiederholte Alexandra Müller-Mertens gedehnt. Sind das nicht diese armen Irren, die den Kaninchen das grüne Zeug wegfuttern und grauenvolle Schuhe aus Gummi tragen? So eine miese Luxusschnalle, Dana plusterte sich auf. Wissen Sie eigentlich, dass Ihre Schuhsohlen von Kindern in Bangladesch gegerbt wurden, die bis zur Hüfte in giftigen Chemikalien stehen? Und haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie schrecklich Tiere leiden müssen, nur damit Sie Ihre dämliche Lederhandtasche spazieren führen können? So ein sentimentaler Blödsinn, antwortete Frau Müller-Mertens nach einer Schrecksekunde. Leute wie Sie sind nur neidisch, weil Sie sich keinen Luxus leisten können. Sehen Sie sich doch mal an! Dana schaute an sich herunter. Unter ihrer weißen Schürze trug sie uralte Jeans, ein T-Shirt aus ungebleichter Baumwolle und Flipflops aus Naturkautschuk. Sie war immer noch mädchenhaft hübsch, mit ihren goldbraunen Locken, den großen dunklen Augen und den allerliebsten Wangengrübchen. Aber definitiv kein hingebrezeltes Glamour-Weibchen. Genügsamkeit ist natürlicher Reichtum. Luxus künstliche Armut, zitierte sie einen Spruch, der zu Hause an ihrem Kleiderschrank hing. Wie bitte? Dana holte tief Luft. Wenn Sie demnächst mit Ihrer kaviarbetriebenen Jacht herumschippern, werden Sie feststellen, dass die Meere leergefischt und biologisch tot sind, weil Leute wie Sie keinen Funken Verantwortung besitzen. Ich höre mir das nicht länger an. Am nächsten Ersten sind Sie verschwunden oder... Frau Müller-Mertens ließ den Satz unheilvoll in der Luft hängen. Dana schoss von ihrem Stuhl hoch. Wie sehr sie diese aalglatte Frau hasste. Oder was? Die Prodomo GmbH ist ein internationales Unternehmen mit einschlägigen Erfahrungen, was problematische Mieter betrifft, erklärte Frau Müller-Mertens überheblich. Falls Sie die rechtsgültige Kündigung ignorieren, werden wir entmieten. Das betrifft natürlich auch Ihre Wohnung über dem Lokal. Oh nein, nicht auch noch das. Danas Magen krampfte sich zusammen. Sie wollen eine alleinerziehende Mutter auf die Straße setzen? Einfach so? rief sie verzweifelt. Das Leben ist keine Hippie-Party, Frau Zwilling. Einen schönen Tag noch. Damit stöckelte die Teufelin in Menschengestalt hinaus. Sie hinterließ den Duft eines penetranten Parfums und die Gewissheit, dass alles aus war. Dana setzte sich wieder hin, vollkommen am Boden zerstört. Nicht nur, dass sie nie wieder ein Lokal mit einer so günstigen Miete bekommen würde, es ging ja auch um Leonie. Alle ihre Freundinnen wohnten in diesem Viertel. Das Mädchen würde untröstlich sein, wenn es erfuhr, dass sie weit wegziehen mussten in die Vorstadt, wo Wohnungen noch erschwinglich waren. Was los? Du guckst wie Wetterforscht bei Tsunami, lächelte Hung Tai, als Dana in die Küche zurückkam. Ein Tsunami ist ein laues Plätschern gegen diese Katastrophe. Grollte sie. Irgend so eine große Immobilienfirma will mich rausschmeißen. Aus dem Lokal und aus meiner Wohnung. Die haben die Macht, das Geld und ich das Nachsehen. Gedanken verloren zupfte Hung Tai an seiner weißen Kochmütze herum. Eine Weile hörte man nur das Zischen und Brodeln der Töpfe und Pfannen. Der König besitzt die Reisfelder. Das Volk tritt die Wasserräder. Ist alte vietnamesische Spichwort, sagte er schließlich. Aber ich auch Bibel lesen. Du kämpfen, Dana. Ist wie David gegen Goliath. Kleine David gewinnt gegen große Goliath. Treuherzig lächelte er sie an und hob einen Daumen. Hung Tai war wirklich ein Schatz. Doch diese Sache ließ sich nicht mit einer Steinschleuder erledigen. Leider sind solche Immobilien fritzen eine Nummer zu groß für uns, seufzte Dana. Wenn wir nicht freiwillig gehen, werden die entmieten. Weißt du, was das heißt? Strom und Wasser abstellen, Fenster einschlagen, nachts Müll vor der Tür abladen. Bei den Nachbarhäusern haben sie es genauso gemacht. Mit Erfolg. Auf einmal kam Leben in Hung Thais schmächtigen Körper. Er schwang seinen Pfannenwender über dem Kopf wie ein Kriegsbeil. In seinem Gesicht lag ein ungewohnt kämpferischer Ausdruck. Dann, wir machen genauso. Du mir sage, wo Fritze wohnen, ich bringe Müll und stelle Strom ab. Dana hätte ihn am liebsten umarmt. Seit drei Jahren war Hung Tai stets an ihrer Seite. Immer gut gelaunt, immer verlässlich. Und das, obwohl er fünf Kinder, einen Knochenjob und eine Stunde Anfahrt zum Bistro-Paradies hatte. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Danke. Du bist ein echter Freund, schniefte sie. Kein Unglück. Keine Heldin, wir sagen in Vietnam, verkündete er seine nächste Weisheit. Du schaffen alles. Kommt der Unglück, wirst du Heldin. Dana wischte sich die Tränen von den Wangen. Schön wär's. Unsere Tage sind gezählt, Hung Tai. Machen wir das Beste draus. Wie weit bist du mit der Tofu-Algenpfanne? Fertig, antwortete er stolz. Du probier den. Es schmeckte köstlich. Ein feste Aromen. Ein Rätsel blieb Dana allerdings, warum das niemandem auffiel. Darüber dachte sie immer noch nach, als sie zwei Stunden später die Tische eindeckte und mit weißen Orchideenblüten in Wassergläsern schmückte. Mittlerweile war es kurz vor zwölf. In jeder Hinsicht. Und dann war es Lieber Gott, bitte, schick mir einen Gast. Einen einzigen nur, dachte sie. Sonst lege ich mich mit dem Föhn in die volle Badewanne. Ihr Gebet wurde erhört. Die Glastür öffnete sich und ein Mann in Jeans und grauem Sweatshirt kam herein. Er mochte etwa Mitte dreißig sein, war schlank, hatte kurzes, dunkelblondes Haar und trug eine schwarze Hornbrille, die sein schmales Gesicht fast erdrückte. Schüchtern nickte er Dana zu und hockte sich an einen Tisch in der hintersten Ecke. Sie kannte ihn vom Sehen. Seit der veganen Revolution im Bistro-Paradies war er der einzige Gast, der ihr die Treue gehalten hatte. Dana räusperte sich und zwang sich zu einem Lächeln. Sie würde sich nichts von ihrem Kummer anmerken lassen. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen im Paradies, sagte sie betont fröhlich. Ich bringe Ihnen gleich die Karte. Darf es schon etwas zu trinken sein? Verlegen starrte er auf seine Hände. Ein stilles Mineralwasser, bitte. Das passte wie Deckel auf Topf. Selten hatte Dana einen derart stillen, in sich gekehrten Mann erlebt. Der lachte bestimmt nur an hohen Feiertagen. Sie wollte schon in die Küche gehen, als er plötzlich aufsah. Ich heiße übrigens Philipp. Jetzt war Dana platt. Noch nie hatten sie ein persönliches Wort gewechselt. Überrascht sah sie in seine wasserhellen Augen hinter der dicken Hornbrille, in denen auf einmal eine gewisse Wärme lag. Sie streckte ihm die Hand hin. Dana, freut mich, dass Ihnen mein Lokal gefällt. Oh, es gefällt mir sogar sehr, sagte er und schien sich selbst darüber zu wundern, als er tatsächlich zu ihr sprach. Ihre veganen Gerichte sind echt toll. Erstklassige Zutaten, perfekte Konsistenz, kreativ gewürzt, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf. Sprachlos starrte Dana ihn an. Sie konnte ihr Glück kaum fassen. Endlich mal einer, der nicht sagte, dass es komisch roch und ihr stattdessen sogar Komplimente machte. Vielen Dank. Wir haben ein paar neue Gerichte auf der Karte. Bin gleich wieder da. Es fehlte nicht viel und sie wäre in die Küche getanzt. Das machte es schon, dass das Lokal so gut wie leer war. Sie freute sich ein Loch in den Bauch über diesen begeisterten Gast. Hungtai musterte sie lächelnd. Mädchen ohne Mann ist wie Boot ohne Ruder. Bei allem Respekt. Manchmal muss es auch ohne Kerl gehen, widersprach Dana. Sieht nämlich ganz so aus, als ob Paul und ich... Sie betupfte sich die Augen mit einem Schürzenzipfel. Paul, ich liebe deine Essen, stellte Hungtai lapider fest. Dann Paul dich nie lieben. War es so lachhaft simpel? Dana dachte an die ätzenden Kommentare, die Paul ihr um die Ohren gehauen hatte. Ökoschlampe. Liebe hörte sich in der Tat etwas anders an. Ist net der Mann, der da, raunte Hungtai und deutete mit dem Kopf zu dem kleinen Fenster, durch das man ins Lokal sehen konnte. Wer? Der! Dana schüttelte den Kopf. Das ist nur ein Stammgast. Der kommt wegen des Essens. Wedgie-Fan! Hat verliebte Auge gemacht, schmunzelte Hungtai. Auge ist der Spiegel von Seele, sagt vietnamesisches Sprichwort. Jetzt endlich dämmerte Dana, was der Koch ihr mitteilen wollte. Verstehe ich das richtig? Du meinst, ich bin ein Mädchen ohne Mann und da im Lokal sitzt mein zukünftiges Ruder? Entschuldige, aber ich glaube, bei dem reicht es nicht mal zum Tretboot fahren. Ihr Handy klingelte. Sie brauchte eine Weile, bis sie es aus der Hosentasche herausgeholt hatte. Ja? Kind, ich bin's, hörte sie die Stimme ihres Vaters. Paul war gerade da. Er hat seine Sachen abgeholt. Das wäre nicht weiter schlimm, finde ich, aber da ist noch etwas. Er hat die Spülmaschine mitgenommen. Nein! schrie Dana.